Servus Hendrik. Servus Bettina. Ja, dann servus mal wieder bei Hendricks Werkstatt. Warum eigentlich immer Servus Bettina? Ja, ist ganz einfach. Ich bin ja immer noch im Urlaub hier im wunderschönen Thailand auf Koh Samui. Aber wie jetzt eh ja im anderen Video schon gesagt, ich bin ja nicht nur Hendricks Werkstatt in München. Ich bin auch überall Hendricks Werkstatt. So und deshalb dachte mir, ich stelle auch hier was Neues vor. Geil. Und zwar den Honda X-ADV 57. Ja, was ist das? Also es ist einfach nur ein geiles Teil. Warum? Es ist ein Crossover Roller, Automatik, Scooter, Ding. Eine Mischung aus Roller, Scooter, also Automatik, Roller und Aufwandmaschine. Ist das nicht fett? Schaut mega fett aus. Finde ich mega fett. So, was ist geil an dem Ding? Also, das ist das 2020er Modell. Das ist ein Stückchen neuer und ein bisschen besser geworden. Die haben den Rahmen. Das ist ein neuer Rahmenaufbau. Das ist so ein Diamant Frame, nennt sich das. Damit haben sie ein Kilo gespart. Das Coole ist, durch dieses ein Kilo, was sie sich sparen konnten, konnten sie, ich weiß gar nicht, wie kriege ich eigentlich den Sitz auf? Ah. Warte. Geil. Schaut es mal an. 22 Liter Fassungsvermögen hat er hier. Und der Tank, glaube ich, hat 13,8 Liter. Ich steinig mich jetzt nicht, wenn ich falsch liege. Voll geil. Unten drunter 12 Volt Ladedose. Also, ich glaube, beim anderen war es eine Zigarettenanzunde, jetzt ist es ein Mikro, also ein normaler USB-Stecker. Geil. So, das Teil hat jetzt vorne zwei Scheibenbremsanlagen, mit 295er Scheiben drauf und ein komplett regelbares ABS. Komplett regelbares ABS. Endgelt. Vorne 155 mm Federweg, hinten 150 mm Federweg. Also, echt eigentlicher Gelände gängig, würde ich sagen. So, der Besitzer von dem Bike, der mir das jetzt zur Verfügung gestellt hat, dass ich das kleine Taitin hier vorstelle, hat natürlich viel Schnickschnack noch dazu gekauft. Muss ja sein, man lässt ja nie was Original. Solche kleinen Lampenschützer noch dazu von SRC, so einen Rammbügel. Die wollt ihr haben, wegen den Lampen. So. Sind die an? Geil, oder? Mega. Da sieht man jemanden. Da siehst du jemanden, gell? Hat den Hintergrund. Das Ding ist nämlich auch scheiße schnell. So, das Ding ist nicht nur geländegängig, also auch wirklich schnell. Ich muss gerade echt gestehen, ihr hört gar nicht, wie schnell ist es. Ich glaube, es sind 178 kmh. Er hat sie nicht ausgefahren. Wiegen tut das ganze Ding, 236 kg vollgetankt, kann man also auch nichts zu sagen. So, komm mal her. Was nämlich extrem geil ist, wenn du das Ding nämlich fährst, du hast hier mehrere Fahrmodi. Also, erstens mal, das Ding hat einen 750 Kubikmotor mit 59 PS und 64 Newtonmeter Drehmoment. Hat ein Sechsgang Automatikgetriebe drin, und zwar ein Doppelkupplungsschaltgetriebe. Das ist das Geilste. Du hast hier Minus und Plus hier oben und kannst dann quasi hoch und runter schalten. Voll geil. Automatikgetriebe. Mega geil. Doppelkupplungsschaltgetriebe. Äh, Automatikgetriebe. Also, du kannst schalten, du kannst auch Automatik fahren. So, und für mich ist es gerade super interessant, weil ich habe das Teil gerade schon gefahren. Ich hoffe ja auch, dass das noch mit der Sonne klappt. Dann können wir die noch mal schnell zusammenfahren. Wir sind ja hier die ganze Zeit unterwegs mit den Rollern. Also, hier auf der Insel. Und das sind ja ganz normale CVT-Getriebe, oder wie du sagst, so normale Variomatikgetriebe. Wie am Gummiband. Da wirst du gezogen. Das Ding hat eine richtige Schaltung. Der hat die ersten drei Gänge, sind sehr kurz untersetzt und übersetzt, bin ich. Haha. Sind sehr kurz übersetzt und der vierte, fünfte und sechste Gang sind länger übersetzt, zum Cruisen, damit du quasi im Gelände einfach mehr gasen kannst. Und quasi, weil das Ding ist ja wirklich für den Offroad-Einsatz gedacht. Hier hinten auch, übrigens, neues Teil, weil fetter Koffer da, alles, da kannst du viel mit reisen. Und, Auspuffanlage von Yoshimura. Macht auch richtig ordentlich Rabatt. So, das coole ist, warum ich dich jetzt überpairen wollte. So, wenn du das Ding im Offroad-Modus fährst, kannst du natürlich da auch noch Fußrasten rausfahren, mit denen du dann wirklich fahren kannst im Gelände. Also richtig Offroad. Geiler Scheiß. Ja, boah, was gibt's noch zu sagen? Ah, genau. Jetzt gehen wir mal auf die Fahrmodi ein. Denn, du hast hier vier verschiedene Fahrmodi, die du auswählen kannst zwischen Sport, Gravel. Ist ganz schön warm eigentlich mit Cap. Ich wollte es halt nur aufhaben, weil es so Usus ist. So, ähm, hier, tun wir mal so hier schön hin. So, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ah ja. Ach, ich lass mich schon wieder so schnell ablenken. Wo war ich denn stehen gewesen? Fahrmodus. Dankeschön, bei den Fahrmodi. Also, Gravel, das ist ein spezieller Modus. Da ist hier vorne oben drin der kleine Schalter extra ein bisschen versteckt. Ich kann's ja mal anmachen. So, damit wir hier mal 5 Zoll TFT-Bildschirm, wo alles zu sehen ist, deine Lufttemperatur natürlich. So, dann kannst du nämlich jetzt hier von neutral gehst du auf Drive, wenn sie drivet, genau. Also, du gucken's gut ist, du kannst die jetzt gleich anmachen. Hör mal, die klingt echt ganz geil. Passt. So, dann kannst du die jetzt hier anmachen. Schau mal. So, ich habe jetzt den Gang eigentlich, obwohl sie auf dem Hauptstander stehen. Jetzt müsste sie eigentlich nicht, sondern schon drehen. Genau. Und wie wir sehen, wenn ich hier hin, wenn ich hier bremse. Vordere Bremse, hinten Integralbremse. Also, links ist eine Integralbremse. Sau gut. Also, diese ganzen Fahrmodi, das ist wirklich viel. Der Gravel-Mode zum Beispiel lässt einen ganz gewissen Schlupf an der Hinterachse zu. Das heißt, so dein Hinterrad, wenn du jetzt im Getriebe, im Gelände bist oder sowas, du hast ja da auch so ein volles, so eine Art, ja, Antriebsschlupfregelung. Also, das ist nicht nur ein ABS, was quasi dich bremst. Also, wie es halt normale ABS-Bremsung ist, ist ja klar. Sondern du hast auch sowas wie eine Antriebsschlupfregelung, wie du es auch vom Auto hast. Also, eine Art ESP ist ja vom Schleudern, Antriebsschlupfregelung. Da bleiben wir jetzt. Fertig. So, wenn du jetzt im Gelände bist, dann würde die jetzt gar keinen Schlupf durchlassen. Normalerweise im Standard-Traktionsmodus. Wenn du jetzt aber im Gravel-Mode bist, dann lässt es ein bisschen was zu. Sau geil. Das Ding ist also quasi, wirklich dafür ausgelegt, dass du hier mit, mit dem Koffer, da oben in die Berge reinkloppen kannst. Und einfach, das ist perfekt für diese Insel. So, wie machen wir das jetzt? Das Problem ist halt hier in Natron, es ist halt auch echt jetzt gerade Rushhour. Deswegen, wie du siehst, ach scheiße, Sonnenuntergang sieht man heute gar nicht. Na schade. Reißte was, wir machen das so. Weil hier ist jetzt Fahren gerade, glaube ich, echt ein bisschen schwierig. Wisst ihr was? Das, glaube ich, macht auch eh alles nur Sinn, wenn man das im Offroad-Betrieb mal fährt. Oder? Was meinst du? Ja. Gut. Da ich jetzt aber auch gar keinen Bock habe, mit Flippis ins Gelände zu fahren, weil da nutzen wir nämlich auch die schönen Fußrasten hier nichts. Außerdem, normalerweise sollte man ja in Thailand einen einen Helm tragen. Ich sage jetzt hier so einen österreichischen Helm, der geht auch nicht kaputt, wenn man runterfällt. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ich will jetzt zum Thema, zum Abschluss kommen. Schau mal. Auch geil, ohne Werkzeug zu verstellen. Wenn man's verstellen kann. Ja. Ich bin zu dumm. Das ist halt geil. Und ich habe die ja gerade schon gefahren. Und ich habe normalerweise das Problem, wenn ich die Windshields bei den Harleys habe, ist das Problem, dass bei mir der Bart von unten dann zu hoch gewählt wird und ich sehe nichts. Das hier ist perfekt abbestimmt von der NK. Ja. Ah ja. Du hast mich leider nicht gefragt, was dieses Fahrzeug denn kostet. Denn tatsächlich gibt es das Teil eigentlich gar nicht bei uns in Deutschland so wirklich zu haben. Das ist halt wieder mal hier so eine Thailand-Nummer. Oder eigentlich so eine Asien-Nummer. Das ist ja auch Honda. Ähm, ich bin mir sicher, du kriegst es auch irgendwie rüber importiert, wenn du möchtest. Dann liegt es aber so bei ca. 7.450 Euro. Danke der Nachfrage. Ah, da hat der Kerl ja mal wieder einen ganz schönen Scheiß erzählt. Natürlich ist das Ding in Deutschland zu bekommen. Allerdings muss es dann halt auch aus Österreich importieren. Und quasi mit der Beführung kostet es dann 12.499 Euro. Weitermachen. Entschuldigung. Hatte noch über die Farbe nachgedacht. Genau. Danke. Das gibt's in saugeilen Farben zu bekommen. Das Teil hier ist jetzt, schau mal, das siehst du sogar, ich geh jetzt aus dem Licht, weil das schaut schon echt mega scharf aus. Ähm, das gibt es in mehreren Farben. Natürlich schwarz, wie immer. Silber auch geil. Aber der Besitzer wollte jetzt in diesem matt-grün mit dem Camouflage. Und ich muss sagen, das steht dem Bike abartig gut, oder? Ja, mega. Das sieht so geil aus. Ja, also ich find's super geil. Ja. 168 mm Boden, äh, Fußfreiheit hier. Bodenfreiheit. Auch, glaub ich, interessant zu wissen. Federwege hatten wir, glaub ich, schon 145 mm, 155 mm vorne mit Upside-Down-Gabel. Stufenlos einstellbar. Auch das Federbein an der Hinterachse mit 150 mm Federweg. Ich glaub, jetzt hatten wir's, oder? Ich glaub auch. So, ich würd sagen, wir schwenken jetzt dann gleich raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ich schau mal, was ich noch für geile Objekte hier find, die ich abschießen kann. Hat mir nämlich schon sehr gefallen. Ich glaub, vielleicht dreh ich jetzt doch noch mal eine kleine Runde. Aber halt, ohne euch. Ich danke euch, ihr Lieben. Schönen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, wie's ist. Kommentiert's unten in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns bis bald. Tschüss, ciao.